Also, ob das hier jemals hinkriegt, dass das hier vernünftig ist. In meinem Stall ist aber sowas von ausreichend Platz. Natürlich. Sind alles Unterstellungen. Bei den Kühen geht es wunderbar. Oh. Ich muss auf jeden Fall mal den Stein auswechseln, damit das hier alles... Da kommt meine Achse fast kaputt. Damit das mal alles hier die gleiche Oberfläche hat. So, easy peasy. Hast du gerade gewürfelt? Okay, nice. Also, ich finde, das geht langsam echt klar, oder? Was meint ihr? Ich bin halt immer noch nicht zufrieden mit der Farbe. Also, dieses Hell. Das Hell und das Steindach irgendwie... Warte mal, ich habe ja sowas Gutes für mein Hexenhaus gebaut eigentlich. Könnte ich meine Fackeln mal oben... Ähm... Wo war denn das jetzt? Mal austauschen. Das sieht so, wie sieht das übrigens hier oben aus, ne? Bei dem Dach. So wollte ich das bei den anderen jetzt auch machen, aber leider haben wir... Ja, hätten eine Breite mehr gebraucht. Tatsächlich. So, ein Stein kann ja nicht brennen. Auf jeden Fall besser aus, als diese komische Fackel da oben. Oder? Kann man machen. Ich mag unser Häuschen. Aber hat sich schon gut verändert seit dem letzten Mal. Er ist schon krass, wie schnell das so geht. So, eigentlich müsste ich jetzt mal auspacken. Und mal versuchen, Flo zu finden. Warte mal, ich muss mal... Essen, weil ich mir Brot... Weil wir haben, nämlich keins mehr. Bisschen Weizen... Was ich mit den Augen machen soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. Hey, warte mal. Achso, ich habe schon so viel Zucker. Ich habe einfach viel zu viel Stein, ne? Müssen auf jeden Fall... ...aufstocken. Achso, das ist Holzkohle. Mhm. Aber warte mal, ich brauche einen... Den kann ich rausnehmen. Steck. Ich brauche... Ja. Ja, ich wollte jetzt gleich los zu dir, Flo. Keine Panik. Ich bin quasi auf dem Weg. Wenn ich hier... Na, ich habe ja Dingsholz dabei. Das habe ich auch dabei. Ich könnte mal... Obwohl, nee, halt, der wird ja auch Stein gebaut. Blödsinn. Stein. Oder? Ach, Werkbank, ne? So, für unterwegs. Und dann bauen wir uns für unterwegs auch noch ein Bett. Wer weiß, wo Flo uns da hin verschleppt. Okay, warte mal. Wolle war jetzt hier. Das Eiseln lasse ich auch mal hier. Das nehme ich... Oh, ich habe halt keinen Platz, ne? Also... Jetzt dringend mal ein paar Kisten bauen. Ich nehme das mal hier mit. Ich habe ja keinen Bock, jetzt eine Tür mit mir mitzuschleppen, ehrlich gesagt. Oh, ich habe wohl keine andere Wahl. Ich habe wohl keine andere Wahl. Und auf jeden Fall eine Axt. Äh, eine Hacke mal nicht. Komm, machen wir uns noch eine. So. Wo habe ich das denn jetzt alles hingepackt? Habe ich nicht... Habe ich nicht gerade Eisen weggelegt? Geh mal schnell schlafen. Ja, ich bin gleich auf dem Weg zu dir. Ich habe mir extra schon Hacken gemacht, Flo. So, ähm, was ist mit der Musik los? Ach so. Mhm. Wir haben Eimer, wir haben Hacken. Wir haben was zu essen. Aber wo habe ich meine komischen... Habe ich nicht meine Eisenbahn gerade irgendwo hingeschmissen? Nee, wollte ich. Habe ich aber nicht. Okay. Gut. Also. Wau mal, wie cool das ist, ne? So, warte mal. Wo soll ich hin jetzt? Wie war deine Koordinaten? Ich bin jetzt 689, 96, 894. Wo bist du? Sollte ich mal so einen Kartentisch machen. Dieser Runtergraben, 651. Warte. Warte. Warte, das wäre... Hier. Hier. Hier würde ich jetzt stehen, müsste ich runtergraben. Oder arbeite um den Eingang. Ja, ich weiß. Das ist hier direkt hinter meinem Haus. Hier. Ist das? Hier hinten. Da ist unser Hexenhäuschen. Da oben ist unser Häuschen. Und hier müssten wir runtergraben dann zu dir. Aber zum Glück haben wir auch eine Höhle hier. Alle sehr, sehr... Warum habe ich bloß damit gerechnet, dass er ein Creeper ist, ne? Nee, ich will keinen Schacht beim Haus machen. Wenn hier schon eine Höhle ist. Schau mal, ich bin jetzt 642. Huch. Oh. Ich habe ein Screenshot gemacht. Okay, gut. Komm, wenn ich mich hier runtergrabe, bin ich bei 644. Geht das nicht klar, wenn ich hier gerade runtergrabe? Das sieht dann nicht ganz so scheiße aus. Aber gerade runtergraben soll man doch nicht bei Minecraft, denke ich. Ja. Die ist so? Ich habe es gerade noch gesagt. Aber ey, wir brauchen eh Eisen. Ich brauche dringend ein besseres Schwert. Ich muss hier kurz das Eisen mitnehmen, ne? Ich habe nämlich keins mehr. Au. Ah, ii, wo kommst du denn her? Oh no, ich habe kein Schwert mehr. Ah, fängt das schon wieder an? Ich muss schnell... Au. Au. Warum geht denn genau dann mein Schwert kaputt? Penner eher. So ein richtig beschissener Zeitpunkt. Ich muss kurzes Eisen mitnehmen. Ich grab mich gleich zu dir. Oh, hier ist ein Slenderman am Start. Okay, warte mal. Wo war das jetzt hier? Jetzt bin ich genau bei 651. Es ist hier. Genau hier ist 651. Ich grab mich jetzt direkt runter zu dir, ne? Ich chapter女 copt. Ja. Okay. Und. Okay. 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 ich weiß nicht hast du dir zwischendurch fackeln gesetzt ja oder wie tief soll ich eigentlich buddeln sag mal wo bist du überhaupt wenn mir jetzt was auf den kopf fällt wenn ich so wie du griffst die ganze in der dunkelheit oder was warum und du also ich krieg jetzt noch ich gräbe ich grabe jetzt nach unten und du gräbst nach oben oder was nein habe ich nicht ich muss mir ich muss dann mir was einfallen lassen aber ich habe holz dabei ganz viel also ich kann ein dann bauen ich habe sehr sehr viel holz dabei ah ja wo das gold und eisen und lava ja toll jetzt will ich immer an das gold gibt es hier irgendwie eine möglichkeit und ich habe kein wasser dabei ne aber ach ja guck mal unser feind ich habe mir einmal mitgenommen besser aber glaubst du ich habe an dings gedacht an daran wasser reinzufüllen okay ich habe hier ein bisschen angst ich gehe mal besser voll gut redstone voll gut redstone und dann ist auch noch ein bisschen eisen aber wir sind jetzt mal nicht gierig wir müssen ja fluhelfen soll ich denn schon mal soll ich dann schon mal gucken ob ich leiter ein bisschen nach oben habe ob das reicht mm-hmm Ich hab so Schiss, dass ich in die Lava klatsche oder sowas, ne? Oh, ich kann nicht weiter abbauen. Zumindest die eine Ecke hier nicht. Bin am Boden und höre Lava. Na, hier ist Ende. Okay, hab ich zu tief gebaut jetzt noch. Ich hab nicht mitgezählt. Aber ich kann ja von hier aus, warte mal. Ich kann ja mal Leitern craften. Musste ich doch an der Werkbank, ne? Ich bin auf hier. Sag mir bloß nicht, dass ich falsch gebaut hab. Da flipp ich aus. Ah, warte mal, ne. Wie war das? Shit, wie war das nochmal? Ähm. Kolben? Ach, hier. Ach, das mach ich aus Dings. Muss ich das machen, ne? Okay, dann brauch ich zuerst... Ah, halt. Fuck. Ich hab Knöpfe gebaut. Ich würde gerne... 30 Fackeln. Oh, das geht nicht, ne? Ah, ich muss hier mal aussteigen. Kurz. Ähm... Block wär gut. Oh, das ist ja ätzend. Oh, das reicht nur knapp nicht. Warte mal. Ach mal, ich hab ja noch Stuff. Wo bin ich denn überhaupt? Jetzt, ich bin Ebene 12. Also, hier, wo ich bin, ist Ebene 12. Wie kann ich die denn... Wie nehm ich die denn weg, wenn ich da dran hänge? Ja. Also, hier, wo ich bin, ist jetzt laut meinen Koordinaten 12. Oder? Also, wenn ich das richtig kapiere, diese Anzeige hier. Oh, warum war das klar, dass mir vier Stück fehlen? Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was das wird, aber... Ich sollte ihm entgegengraben. Ich glaube, ich fülle hier unten einfach auf. Mit Stein. Du brauchst jetzt nicht schlafen gehen, Flo. Also, ich bin noch selber... Obwohl ich halt im Bett dabei bin. Bist vergiftet? Und ich weiß nicht, wo du bist, ne? Ich glaube, mit nem... Eigentlich mit nem Trank, dachte ich, oder? Ja. 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 Was? Ob die dritte Zahl größer werden? Ja, die ganz rechte, ich weiß, aber wohin soll das gehen? Also, in welchem Bereich soll das dann gehen? Uff. Warte, ich setze mal kurz... meine leitern an ist gerade bei 750 immer noch ein bisschen eise mit wo habe ich endlich mal mehr als sechs blöcke eisen hier oder was sehr gut ähm 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 ja wasser ok warte ich geh nochmal hoch die ich weiß noch nicht äh wo war denn hier war hier nicht ich hab ein skelett das war ein wasserfall aber da kann ich kein wasser rausnehmen oder ne ne wasser kann man da nicht rausnehmen glaube ich doch kann ich Wasserfall kaputt gemacht ok ähm wo war meine leiter jetzt so äh wo war meine leiter ok oh man wo ist denn die jetzt so ja fuck fuck verlauf dich nicht hm hm das sagst du so leicht aber jetzt mal ernsthaft ne wo ist denn unser hä ich bin doch gar nicht so weit gelaufen gerade also ich bin jetzt wirklich nicht weit weg gelaufen ne hier lang ist das nicht es klingt als wenn ich irgendwo eine eisenbahnschiene höre ach hier da ist sie ich muss das mal besser markieren hier vielleicht ein paar mehr fackeln so wo hier lang geht's zur leiter so und jetzt 750 oh gott ich sollte ein bisschen aufpassen so zur kleineren zahl ja ich dachte auch gerade rip das wäre da lang das wäre da lang ja oder soll ich da lang buddeln wobei lang buddeln sehr gefährlich wäre ne warte mal warte mal hier bin ich auf 10 und hier bin ich auf 12 651 muss fix meinst du vorne minus 651 ja ne das wäre warte das wäre hier hier lang wäre das da also es würde dann hier so sein hier dieser block ja go go ich bin da dabei so lange nicht schon wieder diese komischen was auch immer silberfische oder so aus diesen wänden kommen wie vorhin das war so übel eklig ne ja ja nur wegen flu weil er unbedingt wollte dass ich entgegenbaue so wo sind wir denn hier so wo sind wir denn hier so wo sind wir denn hier die die müsste halt einen tiefer jetzt müsste ich genau auf deiner ebene sein Boah, ne, mir ist Lava. Ich seh mich halt nochmal lebendig begraben, ne? Ich seh mich halt.